Die Playoffs der DEL. Für 0 Euro. Jeder ist sehr, sehr glücklich. Ich denke, wir haben viele Leute gewonnen, die diese Serie gewinnen. Aber wir wussten in dem Team, dass wir einen in uns hatten. Wir kamen heute Abend und haben alles auf dem Tisch. Wir kamen mit dem Gewinn. Es war ein wirklich tolles Spiel. Ich denke, die Serie war natürlich großartig. Aber es war eine der größten Serie in den Playoffs. Die beiden Pläten waren für alle Spiel. Full-House oder zumindest ziemlich nahe. Ich denke, es war eine große Atmosphäre. Die deutschen Fans sind großartig. Es war wirklich toll, zu spielen. Berlin, die Entscheidung! Berlin im Halbfinale! Mannheim raus! Ja, es war ein bisschen ein Turnover von Mannheim in der Blu-Line. Und ich war auf meinem Weg zurück nach unserer Zone. Und der Puck, ich glaube, auf Baxman's stick. Und ich habe einen schnellen Turnen. Ich wusste, dass ich das letzte Mal gekommen bin. Ich hätte eine Chance für Brickaway. Und er hat es in der Mitte des Eis. Für mich zu kommen. Ich hatte jemanden auf meiner Seite. Ich wollte mich auf der Seite und dann nach der Seite bleiben. Ich wollte es auf das hoch als ich konnte. Und dann bin ich in. Ja, ich habe sie gesehen. Und das war, wie ich den Ball rief. Ich glaube, ich habe schon wieder die Hand hochgebracht. Denn er war sehr gut. Er hat einen Ball für den Ball für den Ball. Vielleicht habe ich eine Geschichte mit Baitreißer. Ich weiß nicht. Da habe ich einen Hüschler mit ihm ein Problem. Ich weiß nicht, dass ich seit Berlin bin. Meine Hoffnung hat viel besser, als es seit ein paar Jahren war. Ich bin glücklich, dass er diese Hoffnung in mir hat. Aber am Ende des Tages habe ich meine Augen geöffnet und schießt. Und dann, die Aktion jetzt nach vorne, beim zweiten Mal von WN. Top-Safe. All the credit to Petri tonight. He came out and played his best game of the Serie, I think. And then we had Barry in the line-up, that scored a big goal, big-time goal for us in the third period. You know, that kind of boosted the morale of the team, because after their goal, we were kind of like looking at each other, oh man, that's going to be hard. And right away, he got a big goal for us. Probably because we won in overtime last game, we were confident coming in and knowing that we had a chance to win. And yeah, let's put it this way, they kind of dominated the game. Most of the game they dominated. But we had a few times the momentum with us. And we probably played our best game here in Mannheim for the whole series. And we'll take the win.